Guten Abend, Frau Angela Merkel. Ich grüße Sie sehr herzlich. Mein Name ist Alain Pire und ich komme aus Nordsyrien. Ich bin in Deutschland seit zwei Jahren und bin seit acht Monaten CDU-Mitglied. Zunächst einmal bedankt sich das syrische Volk bei Ihnen. Sie haben und Ihr Land tausende Flüchtlinge aufgenommen in einer kurzen Zeit, während viele islamische Golfstaaten gar keinen Flüchtling aufgenommen haben. Wir sind Ihnen dankbar. Ich hätte mal jetzt eine Frage zum Thema Außenpolitik gestellt. Es handelt sich um Syrien. Sie wissen natürlich, dass die Kurden in Rojava, Nordsyrien, am Kampf gegen ISIS seit über vier Jahren beteiligt sind. Die kürtischen Kämpferinnen und Kämpfer bekämpfen den Terrorismus. Das wollen Sie auch, dass der islamischen Terror überall bekämpft werden. Jetzt meine Frage ist, wie kann die Bundesrepublik Deutschland diese Helden noch mehr unterstützen? Ich wollte noch wissen, ob Sie den Föderalismus, der von den Kurden vor zwei Jahren ausgerufen worden ist, unterstützen. Stehen Sie zur Seite der Kurden. Danke. Zu alle Achtung, wenn Sie seit zwei Jahren hier sind, so fließen Sie auf Deutsch. Wolfgang Keller. Ja, mein Name ist Wolfgang Keller. Ich komme aus Aachaus.